Erstens Ziel ablenken, dann seine verdeckt geschlagene Führhand blocken, mit Schlaghand gegen linke Wange. Verwirrung. Benommen setzt er zu einem wilden Schwinger an, mit dem Ellbogen blocken und Körpertreffer. Wilde linke blocken, rechten Kiefer bearbeiten, dann brechen. Angeknackster Rippen brechen, Solarplexus bedienen. Kiefer endgültig ausrecken. Fußtritt zum Zwerchfell. Zusammengefasst, Pfeifen in den Ohren, gebrochener Kiefer, drei Rippen angeknackst, vier gebrochen. Blutung im Zwerchfell, körperliche Gesundung sechs Wochen, vollständige psychische Genesung sechs Monate.